... Modells waren und alle eine bestimmte Verpackung hatten. Ich habe lange davor gestanden und ich war belustig. Das wollte ich Ihnen eigentlich nicht versetzen. Das ist doch gut. Nein. Ja, prima. Warum denn nicht? Dann sind Sie ja ein Spielveranstalter. Ja, wieso denn nicht? Warum wollen wir denn nicht mehr lachen? Wollen Sie das Lachen machen? Wollen Sie die Belustigen machen? Wollen Sie keine Revolution ohne Lachen machen? Ich will Sie was Konkretes machen. Ich möchte gerne auf meine Kosten kommen bei unserer Revolution. Das kann ich Ihnen nur erzählen. Ja, das glaube ich gern. Oder wirkte das andere auch auf Ihre Kosten? Das glaube ich gern, meine Lieber. Aber ich möchte Sie fragen, warum haben Sie keine Kinder reingenommen? Warum? Ich würde sagen, weil ich doch das Thema bestimmt habe. Ich habe doch die Sache bestimmt auf Schritt. Die Kinder meinen, sollen Sie leben. Und versuchen... Ich... 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 Ich...